Dass die Leistung der Anlage stimmt, die Qualität der Produkte und dass der Kunde im besten Fall überhaupt nicht mitbekommt, dass unsere Anlage beim Produzieren mitgeholfen hat. Unsere Anlagen führen dazu, dass die Kosten reduziert werden, dass die Leistung sich erhöht und dass die schweren Sachen wegautomatisiert werden, sodass die MitarbeiterInnen sich um das kümmern können, was wirklich wichtig ist. Drei Sachen, Mehl, Wasser und Teigreste. Und deswegen bauen wir Anlagen, die dem jahrzehntelang standhalten. Dass wir nur lebensmittelechten Kunststoff verbauen, dass unsere Anlagen aus Edelstahl sind und dass in den Getrieben unserer Motoren nur essbares Öl schwimmt. Dann kümmern wir uns um das Service. Wenn eine Kette getauscht, eine Anlage neu eingestellt oder ein Förderband repariert werden muss, dann fahren wir natürlich vor Ort und reparieren das. Die Hersteller dieser Backwaren. 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 Die Hersteller dieser Backwaren.